Also bei 2-2 ist eigentlich egal, braucht es weniger Balance, braucht es mehr Impuls nach vorne und zwar so ein Welttor, Welttor, Aaron Hans. Kann mal bitte einer gucken, ob das Netz noch heil ist, schiebt ganz schön an da vorne, Ruhain, Ruhain, klasse Tor, 1-0 HSV. 23. Spielminute und der HSV schlägt zu. Der legt auf Eier ab, Ruhain, ein bisschen zu viel Klein-Klein, jetzt aber vielleicht der Raum für Jonas David, der könnte schießen, schießt, Tor über den HSV, Tor über den HSV, was für eine Bude von Jonas David, mit rechts in den rechten Knick. Unfassbar, das hat man ja noch nie gesehen von dem Jungen und das zu einem so wichtigen Moment, direkt vor dem Halbzeitgriff, Jonas David, 1. Saison-Tour und was für eins. Und er hat, und da er geht's, in der 8-Minute. Wineslade. Klasse im Briebling, Elia nochmal Petric, was für ein wunderschönes Tor, und das hat Petric für 90% selber gemacht, inklusive Vorbereitung. Xhaka mit dem Feder, das ist van der Vaart, ja van der Vaart, und was für ein Tor, Traumtor, van der Vaart mit dem 1 zu 0 gegen Gladbach, und auch deshalb lieben viele dieses Spiel. Musik 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 Musik